So, hallo und weiter geht's mit Kirby. Yo, wir sind hier schon im Level 2 von der 6. Welt. Ups, was war das? Ja, wir sind in der Welt O-Samt-Ozean. Ich muss mal eben ein bisschen den Zaun leiser stellen. Ja, das Level haben wir glaube ich schon soweit versucht. Äh, ja, und wir sterben hier gerade wieder. So, da geht's rein. Ähm. Oh, diese Scheißbomben. Diese, diese, diese richtig mies. Das war ebenfalls mies. Das war noch mieser. Okay, ähm, das fängt ja hier schon mal wieder richtig gut an, muss ich dazu sagen. Autsch. Toll. So, hier geht's hoch. Hier geht's lang. Hier geht's runter. So, dann geht's hier hoch. Autsch. Und hier rein. Äh, ja, hier sind wir. Ah, wieso sind die so gemein? Warum? Die sind ganz schön gemein. Und ich sterb gleich schon wieder. Fällt euch das auf? Naja, mir fällt's auf. Ähm. Toll. Ganz, ganz, ganz toll. Okay. Bis jetzt sind wir noch nicht gestorben. Boah, Fail, ey. Also, das hier wird, glaube ich, eines der krassesten Fail-Videos, wenn das so weitergeht. Ich meine, abgesehen von den Bosskämpfen. Nein! Ich wollte doch das Vieh killen. Lol. Okay, so, hier geht's hoch. Na, komm. Okay. Da geht's raus aus dem Level schon. Okay. Zack. Kommst du halt noch weg. Und das auch noch. Und da geht's rein. Und, ach ja, A. Hilfe, ich habe vergessen, A zu drücken. Und, ach, fast. Fast. Naja, 5000 extra Punkte, das ist auch nicht schlecht. So, weiter geht's. Wir sind bei Level 3. Juhu. Ähm. So. So. Wow. Wow, 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 wow. Nein! Oh, Mann. Ich fail hier gleich wieder. Ein bisschen live zumindest. Toll. 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 So. Toll. Nein, jetzt auch noch ein Bosskampf, natürlich. Toll. Äh, den werde ich ja so nie schaffen. Ich glaube, ich gehe gleich wieder Game Over. Ja. So viel dazu. Okay. Ich fehle, ich fehle, ich fehle, ich fehle. Ja, Game Over kennen wir. Mach schneller, ups. Rosaft Ozean und Level 3. Rein da. Wir fliegen da jetzt einfach drüber. Haben wir keine Probleme. Ne, hier müssen wir runter, ne? Das war gemein. Äh, so, wie machen wir das denn jetzt? Wie war das noch? So? Nein? Okay. Ach ja, stimmt. Der. Der kommt erst an, haut ein und dann wirft er so eine komische Nuss. So, genau. Nein. 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 Okay. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist der vielleicht was gedroppt oder so? Okay, hoch geht's. Ja, hau ab da. Na, hau ab. So, sehr schön. Und jetzt geht's hier durch diese Tür. Na toll. Hallo, wieso komme ich da nicht hoch? Ach so, da war es. Gibt's hier da so viele Türen? Ich nehme einfach mal die da oben, weil die so versteckt ist. Da gibt's bestimmt was Schönes. Ich bin ja mal gespannt, was zählt. Wie gibt's den Stern? Und, äh, ein Tod. Okay. Ein Stern und ein Tod, das ist, äh, das ist eine sehr schlechte Bilanz. Und, ja, wir haben den Stern und los geht's. Ganz schnell durch das Level. Und, äh, ja. Der muss weg. So ein gemeiner Kerl. Nein, jetzt bleib doch mal da oben drauf, Kirby. So. Autsch. So, das muss weg. Und da muss ich rein. Komm schon, jetzt eins. Nein. Mist. 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 Aber egal. Wir haben Level 3 geschafft und wir sind jetzt bei Level 4. Und da geht's rein. Ja, fall runter. Yo, dankeschön. Und fall runter. Fall runter. Dankeschön. Hier fliegen wir drüber. Autsch. Das war fail. Das war... Wow. Wow. Was geht denn jetzt ab? Muss ich da unten nach? So. Äh, ich muss wahrscheinlich hier bei dem Stern runter. Ja. Das muss kaputt und äh, jetzt muss ich hier lang. Woa, fack. Boah. Toll. Jetzt bin ich beim Versuch, das, äh, Leben da oder die, die... auffüllen, Ding und Kiechen zu holen gestorben. So. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Wie ich das brauch. Oh, fuck. Wie komm ich denn da am besten hin? Boah. Ey, das wäre doch episch, wenn ich die alle kriegen würde. Dafür muss ich das da oben. Kann ich kurz machen. Ah, wie geil ist das denn, dass das geht. Okay. Jetzt muss ich noch... Ähm, gut, so geht das nicht. Äh, wie komm ich da am besten hin? Fläumen und dann hier runterschlucken. Ähm. Oh, ich will da hin. Ich will da unbedingt hin. Das muss doch irgendwie gehen. So, da geht's lang. Okay. Okay. So, hier geht's lang. Fiese Nummer. Oh ja. So, ein Leben haben wir. Eins haben wir. Äh, gut. Gut, gut. Und da müssen wir jetzt so rüber können. Können wir nicht. Ah, fuck. Hier geht's nur nach oben, so wieder. Ähm, wie war das so? Das war doch eine fiese Nummer, oder? Also, das war jetzt... Ach man, nee, Leute. Ähm, okay. 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 Ich wüsste aber auch nicht, wie. So. So. Nee, da kann man noch so nicht runter. So, der ist tot. So, hier geht's lang. Okay, das Leben gibt's hier nicht mehr. So, hier geht's lang. So, hier geht's lang. Schade, an die scheint man ohne irgendeinen Trick oder sowas nicht ranzukommen. Äh, wie war das? So? 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 Und? So, das nehmen wir noch. Und dann geht's hier rein. Dann gehen wir hier raus und hier wieder rein. Und ja. Boah, das war knapp. Jetzt geht's hier rein. Oh, Mann. So. Äh, jetzt geht's hier lang. Und wir haben's geschafft. Wir sind raus aus dem Level. Oh, nein, nein, nein. Jetzt nicht noch. Boah, das wäre jetzt so fail gewesen, wenn ich jetzt da noch gestorben. Und hier geht's rein. Und wieder A drücken. Los. Ah, nein. Och, Mist. Ich krieg's nicht mehr hin, ey. So. Äh, wir sind Level 5 und wir haben die 15 Minuten erreicht. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. 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 Bis zum nächsten Mal.